In diesem Kapitel werde ich die Beat-Programmierung mit der Analog Rhythm umsetzen. Ich werde dafür exemplarisch ein einfaches Hip-Hop-Pattern nutzen, das hier umsetzen und dann werde ich den roten Faden aus dem ersten Kapitel, also sozusagen das Grundrezept, wie man aus einem Pattern einen lebendigen, nicht statischen und variierenden Beat zaubern kann. Diesen roten Faden, dieses Rezept setze ich hier um, dann nutze ich natürlich noch diese ganzen coolen Kniffe und Tricks, die es speziell bei der Analog Rhythm gibt und wenn ich das Maximum aus so einem einfachen Pattern herausgeholt habe, dann zeige ich euch sogar noch eine Performance und anschließend die Nachbearbeitung und dann auch so das kreative Sound-Design in einer DAW. Also was ich sozusagen machen kann, wenn ich eine Performance aufgezeichnet habe, wie es dann weitergeht letztendlich. Und im Vordergrund steht jetzt gar nicht der Stil Hip-Hop, das ist völlig egal, absolut austauschbar. Es geht um den Umgang mit einem Pattern und der Analog Rhythm. Das heißt, ich kann das auf Gabba übertragen, ich kann das auf Gerrit, Duke, Techno, völlig egal. Ich kenne Jazz, weiß ich nicht, geht alles. Und der Grund, warum ich das mit der Analog Rhythm mache, ist, das ist eine sehr flexible Drum-Machine. Also es ist ein Drum-Synthesizer, aber auch ein Sample-Player. Das heißt, ich kann alle Samples hier reinwurschteln und mir daraus ein Drum-Kit zusammenbauen. Außerdem hat die Analog Rhythm wahnsinnig viele Sound-Design-Möglichkeiten. Ein Beispiel, das Wort Sampling. Wenn ich das jetzt hier reinladen würde, auf jeden einzelnen Sound, dann könnte ich mir daraus ein Drum-Kit zusammenbauen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich kann aus dem Wort Sampling eine Bass-Drum machen, ich kann eine Snare, ich kann eine Hi-Hat, ich kann eine Bass-Line machen, ich kann einen Lead-Sound, eine Fläche. Ich kann alles aus diesem Wort designen, weil mir die Analog Rhythm einfach so viele Möglichkeiten gibt. Naja, und ich versuche euch natürlich nichts vorzuenthalten. Also ich will einfach alle Sound-Möglichkeiten, die ich so kenne, mit der Analog Rhythm euch weitergeben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort mit der Programmierung von einem Hip-Hop-Beat und holen das Maximum daraus. Los geht's!